Die Elektro-Lilette! Er war im Keller, ich vergesse... Geisterbuch! Warte mal, Geisterbox oder Geisterbuch? Geisterbox ist wesentlich, ja, das hat er vorhin gesagt. Jetzt hab ich gehört. Ne, Geisterbuch, äh, Geisterorbs und Geisterbox. Also ist das ein mehr? Bei... Geisterorb und Geisterbox? Aber warte mal, halt, stopp. Wir haben da nur zwei übrigens. Hä? Geisterbuch, Geisterbox und Geisterorb. Ne, Geisterbuch hab ich erst hingelegt. Du hast gerade gesagt, Geisterbuch. Ne, Geisterbox. Was? Das weiß ich doch, das hab ich doch vorhin gehört. Das hab ich doch vorhin gehört, als du das gesagt hast. Mach dich kaputt, du. Du fucking... Oh, what the fuck? Du bist mit einer Katze. Ich sag dir einen Bit von meiner Katze, sie heißt Mounzi. Und das ist mein Mittelfinger, der heißt Schnauz. Burn, motherfucker, burn, motherfucker, burn. Wir haben literally einen Grad, Alter, what the fuck. Geisterbruch! I called it und so. I fucking called it! Wie oft dein Pudding zu essen bist fett genug, Alter. Wir haben ein Geisterbuch, komm jetzt rein. Mit Joghurt. Was weiß ich? Das sind die drei Gs. Geisterbuch, Geisterbox, Geisteror. Geistig gestört, Junge. Geistig gestört, Junge. Oh Gott. Oh mein Gott, sie haben das Geisterbot so geändert, dass es mir 75% wieder klaut. Ah, jetzt weiß ich mal, ob das Ding Deja Vu heißt. Nostalgia, Alter. Die haben die alten Parameter rein gehauen. Oh, Alter. Man ist ja nicht hier einfach komplett für den Plan. Welche Sanity? Welche Sanity, Bro? Kannst du dir gleich noch ne Pille reinschmeißen, jetzt meinst du im Ernst? Ja, das gehört. Oh, Alter. Bist du hier? Bist du da? Glaubst du, dass wir hier sind? Ja. Bist du hier? Bist du da? Bist der jetzt nicht? Ne. Ordentlich ist er nicht jetzt nicht. Aber hier unten nachher ist er auch nicht. Haben wir überhaupt schon Hinweise? Ne, ne? Ne, außer bloß Clues. Ist das Orbs? Du hast Ultraviolett, oder? Leuchte mal hier. Ja, gib mir das drinnen. Hier ist nix. Da ist es. Nix, gar nix. Ich guck mal im Wagen. Ich hab ne Idee. Ich guck mal auf die Kamera. Na ja. Ich bin Bruno und ich bin der Kameramon. Ne, guck mal hier. Ja. Ja. Erduzieren. Bah. Erduzieren, oder? Ja, das seh ich auch. Ich erkenne keine Orbs. Das ist kein Goyo. Haben wir überhaupt dort? Wäre ich gar nicht. Ich glaube nicht. Ah, Gefrierer. Wir haben einen Gefrierer. Ja. Jedes Mal. Ja, die Geister. Ich meine, die Geister damals haben auch immer das Licht ausgemacht beim Jagen. Wobei ich weiß, ob das jeder gemacht hat. Das weiß ich auch nicht mehr. Wobei ich glaube, es gab ein Bild, da haben die das tatsächlich mal gemacht. Ah, okay. Nein, er hat den Stolten, er hat den Fatalerkasten ausgemacht. 30 Smoke. Zuckerblatt! Das ist auf jeden Fall, das ist kein Mobil. Ja, komm. So, stelle ich jetzt hier mit Schuhe, ne? Das ist doch mal der Schöne, der. Hallo! Das ist ein Moroy. Der ist schneller geworden als letztes Mal. Wir haben nichts mal weniger Sanity. Bei der Vorwahrer recht langsam eigentlich. Aber die Geisterbox hat mich angeschlagen. Kann das sein, dass sie die alten Bugs von dem Moroy noch mit drin haben? Das ist ja scheiße. Ich glaube nicht. 12 Sekunden später. Lass gehen. Hm? Lass gehen. Wieso? Ist das ein Moroy? Weil ich weiß, warum er gerade gejagt hat. Hm? Wieso? Ich bin aus der Geisterbox. Hallo, friend. So, dann lass uns noch mal die Waffen zusammenbauen hier. Ein bisschen Call of Duty. Was mal Vorbier spielen. Call of- Möchten Sie genau ihre Karten? Ja klar. Ja natürlich, warum nicht? Wonach suchen wir eigentlich? Bro, wonach, wo suchen wir eigentlich? Okay. Ah, Geschenke. Guck mal, ich habe es gefunden. Ich habe Lachen gehört. Ich auch. Ich habe ein Teil. Du hast wie viel? Zwei. Das sind drei Teile. Wo müssen wir das jetzt zusammen bauen? In der Basis? Dick F. Alles klar. Haben wir jetzt den Blaster? Oh, wir haben den Blaster. Hä? Das. Warte, wie viele haben wir? 42. Du weißt, was das bedeutet. Trails auf den Lass. Dein Arsch ist Gras. Und ich habe den Mähdrescher. Müsst ihr jetzt noch so diesen Radio-Effekt haben von hier Half-Life 2 mit dem Combine? Müsst du? Du wirst bald. Haben Sie noch letzte Worte? Nein, bitte weh, ich muss kacken. Da fühlst du wieder Spaß, Mann. Ich liebe es. Stehen wir nach dem Boden. Oh, guck mal, Chris, ein Pärchen. Du rechts, ich links. Hallo? Da schiffst du dich einfach durch, Alter. What the fuck? Äh, herrlich. Nein, nein, wir haben doch nicht alle. Hey, wo siehst du denn, dass wir noch drei brauchen? Wo siehst du denn? Und noch einen. Hä? Der hat einfach eine unruhigbare Wand gezogen. Wo siehst du denn, wie viel wir noch brauchen? Äh, im Van. Oh. Ha! Im Van, ja, sagt er. Herrlich. Ein und drei? Uns fehlen noch elf, Alter. Das bin mir hundertprozentig sicher. Der Großteil ist irgendwo noch hier draußen oder so. Ah, super. Hör doch mal draußen, Alter. Ja, sind wir, Alter. Das ist der beschisseste Radio-Zwender, den ich hier gehört hab. Warte mal, trifft der nicht, wo man drauf zielt. Ähm. Jörn. Du hast, äh, Gravitationskraft. Es ist kein... Es ist kein Hitscan, Junge, du hast hier... Deine Mama ist ein Hitscan. Du hast... Hast du schon mal was von Gun Depression gehört? Ja, keine Mutterwitze. Warum nicht? Machen wir doch die Stänge... Machen wir die ganze Zeit. Aber wie gesagt, Jörn, hast du schon mal was von Gun Depression gehört, du Fotzkopf? Nee, du kleine Wingsfresser. Ah, okay. Dann der Press ist, wenn du, äh, äh, hast du überhaupt ne Ahnung von Ballistik? Sonst machen wir ja so. Du, du weißt schon, dass ich dich grad verarscht hab, ne? Aber gut, dass du mir das glaubst, einfach so. Ja, natürlich. Ja, dann erklär doch mal, was Ballistik ist. Ja. Ja, genau. So wie du das auch immer mit anderen machst, dann erklär doch mal, was Ballistik ist. Ohne zu googeln. Bro, bleib einfach stehen. Ja, jetzt googel ich. Ich bleib zwar nicht stehen, sondern ich probier das jetzt einfach. Alles klar. Ja, wie ein Erwachsener. Ich bin nicht so wie Ronny, dreht mich einfach raus, ich ignorier's einfach. Wie ein Erwachsener, weißt du irgendwie an, wie ein kleines Kind? Mh, das ist, das ist, ja. Ja, Ronny. Mittlerweile steh ich dazu, wenn ich was nicht weiß. Und trotzdem beschweren, wenn ich dir das Gegenteil beweise, indem ich das googeln muss für dich. Anyway, dadurch, dass ich offensichtlich keine eindeutige Antwort bekomme, Ballistik ist, wenn das Geschoss, was du aus der Pistole rausschießt, von der Gravitationskraft beeinflusst wird. Ja, Chris, ich weiß. Ich weiß, wie Gravitation funktioniert. Und ich weiß, dass Ballistik sich damit beschäftigt. Aber warum soll ich das erklären? Wird's doch eh jeder weiß im Raum. Mein Gott. Ich weiß nicht, weil ich meine kleine Klugscheißer, genauso wie ich. Du bist ja immer nicht besser, was ich an deiner eigenen Hande. Ich wollte's grad sagen, Freunde, ich gebe's doch noch zu. Ich gebe's doch noch zu, Alter. Es reicht, es reicht mir in einer Klugscheiß. Ich brauche nicht drei Völdämmten, die das kennen. Wir sind drei Klugscheißer in einem Voice-Chat. Meine Fresse, was ist los mit dir? Warte, das können wir ändern. Halt doch's mal. Das Klugscheiß mit der Ballistik musste ich mir schon bei Moria anholen. Das ist ja nicht mein Problem. Naja, weil Ronny nicht schießen kann. Oh! Ihr könnt einen nicht schießen! Also Chris, das weiß ich schon seit Borderlands. Ja, du bist selber nicht besser. Das einzige, was du in der Borderlands konntest, war mit der Pumpgun reinrennen. Gott sei Dank, Mann, gibt's ne Pumpgun. Achso, deswegen habe ich die sechs Sniper-Achievements, wo du auch einen 360 in der Luft machen musst. Bro. Ahja. Es gibt auch so einen 360 in der Luft. Ja, Ronny, dass es ein achievement gibt. Bro, ich mach gleich einen 360 auf deinem Geart, Alter, weißt du? Dann gibst du Phantom-Contact in deinem Licht, ey. Aber erst, wenn du mir vorher einen Lipdowns gibst, ne? Oh, ne Reibung geht's dir durch. Oh, ne Reibung, ey, ey. Oh, ne, ey. Vielen Dank.